Moin ihr Sonnenscheine! Streit um Parkplatz, 37-Jähriger tödlich mit Messer verletzt. In Berlin-Gesundbrunnen ist am Donnerstagnachmittag ein Mann niedergestochen und tödlich verletzt worden. Wie ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei dem RBB sagte, starb der 37-Jährige im Krankenhaus. Demnach wurde er in der Böttgerstraße mutmaßlich im Streit um einen Parkplatz mit einem Messer angegriffen. Ein 29 Jahre alter Tatverdächtiger ist er festgenommen worden. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Alexa, Wetter! In Berlin beträgt die Temperatur 18 Grad Celsius bei bewölktem Himmel. Heute höchstwahrscheinlich Wolken und Schauer mit einer Höchsttemperatur von 25 Grad und einer Tiefsttemperatur von 16 Grad. Alexa, Wetter für morgen! Hier ist der Wetterbericht für morgen in Berlin. Höchstwahrscheinlich gibt es Wolken und Schauer mit einer Höchsttemperatur von 23 Grad Celsius und einer Tiefsttemperatur von 14 Grad. Sehr schön. Und Alexa, Spruch des Tages! Hier ist der Spruch des Tages für den 12. Juli von J.K. Rowling. Es ist nicht gut, wenn wir unseren Träumen nachhängen und vergessen zu leben. Wie wahr. Und ich wünsche euch einen zauberhaften Tag. Kommt gesund durch den Irrsinn. Passt auf euch auf. Salü hier aus Berlin!